Pia sagt, mein Bauch tut weh, ich kann das nicht verstehen Die Frau im Fernsehen sagt immer, ich darf nicht in den Kindi gehen Sarah fühlt sich müde, sie ist tagelang nichts mehr Homeschooling, ganz ohne Freunde fällt ihr furchtbar schwer Vergesst die Kinder nicht, vergesst die Kinder nicht, vergesst die Kinder nicht Bei allem, was passiert, vergesst die Kinder nicht Vergesst die Kinder nicht, vergesst die Kinder nicht Bei allem, was passiert Thorsten fühlt sich ängstlich, er geht wochenlang nicht raus Und bei seinem Vater, da rutscht die Hand jetzt öfter aus Die Lehrer sagen, die Versetzung sei jetzt in Gefahr Keiner weiß mehr, dass er früher einsam Schüler war Vergesst die Kinder nicht, vergesst die Kinder nicht Vergesst die Kinder nicht, bei allem, was passiert Vergesst die Kinder nicht, vergesst die Kinder nicht Vergesst die Kinder nicht, bei allem, was passiert Sarah geht den Schritt, will in die Jugendpsychiatrie Doch am Eingang wird sie abgewiesen, hier gibt's keinen Platz für sie Die Mutter bricht, zusammenschreit, das weiß doch jedes Kind Dass Kinderdepressionen auch sehr tödlich sind Vergesst die Kinder nicht, vergesst die Kinder nicht Vergesst die Kinder nicht, bei allem, was passiert Vergesst die Kinder nicht, vergesst die Kinder nicht Vergesst die Kinder nicht, bei allem, was passiert Vergesst die Kinder nicht Vergesst die Kinder nicht, bei allem, was passiert 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 Vergesst die Kinder nicht, bei allem, was passiert